Freunde was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Übertrieb in Fresh und Knack hier im Kanal, den ihr schon längst abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Du hast richtig reingeschickt. Egal, egal, Asikro ein bisschen, gehört dazu, gehört dazu. Wir sind noch in der Probe, alles gut. Wir reagieren heute auf Hasuna mit dem Song Ghetto. Wir reagieren auf Hasuna Badawe auf den Song Ghetto. So, war besser. Ich freue mich sehr darauf zu reagieren. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Schreibt wieder gerne unter dieses Video, auf wen wir als nächstes reagieren sollen, also ICON5-Bewerber. Ich würde sagen, Freunde, wir schnacken gar nicht weiter rum. Wenn ihr mich hier kürtet und so gerne... Aua... Weil er reingeschissen. Kennst du das, wenn du so einen trockenen Mund hast und dann dreht sich die Zunge nicht? Ja, alles gut, gehört dazu. Paff, Paff, Pididi. Zack, Zack, Habibi. Treff sicher Quote auf Malaga City. Vodka Granini. M&M's Mini. Klatsch diesen Bastard, dich beißt wie ein Piddy. Trip nach Hollanda. Hol mir die Pumpkan. Kanadri durch wegen drei Kilo Sattler. Flussmannischat... Aber nur noch in dieser Wohnung ist noch Strom. Und die haben auch keine Heizung und sonst was. Und alles, was der da macht, macht er in seinem Hochhaus. Also so mit dem Feuerlöcher. Da steht alles so frei rum. Weißt du? Also der Bruder hat sehr viel zu erzählen, weißt du? Und ich will jetzt nicht zu viel erzählen, weil wir werden ja auch demnächst mal mit den Künstlern Interviews machen und sonst was. Da kann der Asuna sich persönlich dazu äußern. Ist auch eib, wenn ein Fremder jetzt was dazu sagt, weißt du? Dann sagst du irgendwas falsch oder so. Richtig, richtig. Deswegen, der Bruder in dem steckt, da steckt viel hinter den Lines auch. Auch viel Realness, weißt du, an der Stelle. Weil der hatte mir das gezeigt und das war sehr traurig. Und der hat mir auch sehr viel erzählt, weißt du? Okay, interessant. Ich bin gespannt. Ja. Aber ich muss sagen, er startet in den Song schon direkt mit einer geilen Energie rein, muss man sagen. Besonders mit diesem Bastard, ich beiß wie ein PD. Trip nach Holanda. Hol mir die Pumpkan. Kanak, dreht durch wegen drei Kilo Sattler. Flos, Manishanta. Neun Milli, Hasna. Nix gehört, nix gesehen, Ziel Casablanca. Dieser Bruder scheppert immer wieder so ne kranke Melodie. Ich fühl mich high und ich fliege so wie Aladin. Greife deiner Mannschaft an und bleibe immer Assassin. Ich will Paramachen, aber Gott wie Butterbean Ghetto, wir leben in Cinema im Ghetto Ghetto wird gepflexed und ein Grund, aber alles im Betto Von NRW bis nach Sonnallee Hörst du Schüsse fallen in mein Ghetto Wir leben in Cinema im Ghetto Ghetto wird gepflexed und ein Grund, aber alles im Betto Voila, so geil, Junge, stark, Kasuna Also man muss ja natürlich sagen, die Hook ist das Highlight Ja, 100 Prozent Also die Melodie ist auch richtig geil, muss man sagen Aber die Melodie kennt man ja auch Die Melodie ist ja von dem Song Rouge the Floor vor, keine Ahnung, acht, neun Jahren oder so Masari Ist ja ganz, ist stein halt deine Zeit Masari war meine Zeit, Alter So deine Zeit, als du noch dachtest, mit dieser Erokeso, du hättest alles gedrippt Oder aber ihr seid aus wie Vogeln Mit dieser Easy, glaube ich, hatte er einen Song Mit dieser hier vorne, ihr hattet so ein bisschen blond Und dann hattet ihr diese Erokeso, diese Wollah Diese Pony und dann die Erokeso, genau diese war das Soll ich dir genau meine Zeit sagen, mit Masari, Alter Komm, zeig Boah, guck mal, Masari Easy So, das war meine Zeit, doch, ja Do you wanna find me, I'm out, hold me, I'll be mad at the door. I know you ain't trying to get caught. Wallah, wird man dein Shazam Falls singen, die App wird sich selber deinstallieren. Der wird direkt finden, die App wird ausgeben, Bruder. Der hätte schon dreimal gefunden. Ja, wie auch immer. Das war meine Zeit, Goseck, wallah. Was ich damit sagen will, die Melodie kennt man von diesem Song, aber der Hassoun hat das auf seine Art und... Nicht von diesem Song, von einem anderen Song von Masali. Ja, aber von Ruscha Floor, so. Aber der hat das auf seine Art und Weise sehr cool und gut umgesetzt, weißt du? So, und er hat das gut gemacht einfach. Ich find's geil. Den Beat haben die auch sehr ähnlich dazu gemacht. Ja, aber das ist wieder zum Thema inspirieren und dann gut umsetzen. Er hat's gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. So, und das ist ja auch schon zehn Jahre her, weißt du? Ich mein, das ist jetzt nicht so, als wenn der Song von Masali vor einem Jahr kannte. Ja. So. Der Produzent von Hatsuna hier, Beat Brothers, ist übrigens auch sein Management. Ja, ja, richtig. Ich fühl mich high und ich fliege so wie Aladdin. Greife deine Mannschaft an und bleibe immer Assassin. Ich will Paramachen abakat wie Butterbean. Ghetto. Wir leben im Ghetto. Ghetto wird geflext und ein Grund, aber alles im Betto. Von NRW bis nach Sonnallee, hörst du Schüsse fallen in mein Ghetto. Wir leben im Cinema im Ghetto. Ghetto wird geflext und ein Grund, aber alles im Betto. Von NRW bis nach Sonnallee, hörst du Schüsse fallen in mein Ghetto. Jetzt guck dir den mal an. Delivery, ne? Jetzt, genau. Ja, ja, wollte ich auch sagen. Stell mal vor, du kommst aus dem Ausland, ne? Du verstehst kein Deutsch und du würdest nur sehen, wie der sich bewegt. Voll interessant. Und was würdest du für eine Wahrnehmung haben? Ja, Star. Er bewegt sich wie ein Star. Wer ist das? Ich will wissen, wer das ist. Ja, ja. Weißt du, was steckt hinter dieser Person? Weil der ist eine Erscheinung, Bruder. Ja. Das ist das Ding so, weißt du? Er versteht's. Und er ist zwar noch kein Star. Inshallah bald. Inshallah, ja. Hoffentlich. Kommt drauf an, was er draus macht. Aber er bewegt sich schon und verkauft sich wie ein Star. Richtig. Beispielsweise Tano, Bruder. Live-Bühne beim Diamonds. 100% gut gesagt. Bruder, der ist da mit seinem Handtuch, mit Sonnenbrille und so. Bro, der sah schon aus wie ein Star, der das sein Leben lang schon macht. Ja, ja, ja. Weißt du, so hat er sich verkauft und das ist wichtig. Das kommt schon direkt anders rüber, auch bei Hasuna jetzt. Der bringt Energie rüber. Safe. Passport Almani, bleibe Haram. Wow, Passport Almani, geil. Passport Almani, bleibe Haram. Passport Almani, bleibe Haram. Lag aus der Anzug, mein Kaff, alle Blane. Seid da fach ane. Jible Masare. Hartig Bumbachchen, ich fick euch alle. Republi, Libanäser, besonderfat. Und dann nick diesen Hund, der die Major gab. Bastard, ich zeig dir einen leichten Sack. Augenrot kapettiv, weil mich keiner mag. Dieser Bruder scheppert immer wieder so ne kranke Melodie. Ich fühl mich schreie und ich fliege so wie Aladin. Greife deine Mannschaft an und bleibe immer Assassin. Ich will Padamachen, Abakat wie Batabin. Batabin, Batabin, Batabin. Du darfst dich nicht zu sehr auf dieses Aggressive fokussieren. Weißt du, er kann auch dieses Melodische gut bedienen. Weißt du, so Richtung Hook und sonst was. Auch unabhängig von diesem Ghetto Song jetzt. Weißt du, also in dem steckt noch sehr, sehr viel. Der muss sich da auf jeden Fall noch ausprobieren. Und ein bisschen nicht zu sehr auf dieses Aggressive fokussieren, sondern auch ein bisschen so in der Hook so auf dieses Melodische oder in der Pre-Hook zumindest oder so, weißt du. Weißt du, ich habe so das Gefühl, dass in der aktuellen Zeit Songs besser ankommen, die vom Gefühl, ich hatte es schon mal versucht zu erklären, wenn du so das Gefühl hast, der Song hat mehrere Hooks. Weißt du, aber es ist eigentlich nur Part, Hook, Part. Aber du hast einfach das Gefühl, da sind mehrere Hooks drin. Bones und Rav Kamora machen es sehr geil beispielsweise bei Palma aus Plastik. Oder auch bei Bobby hat man oftmals das Gefühl so, als wenn der Song einfach mehrere Hooks hätte, weil da so viel Abwechslung drin ist. Weißt du, verschiedene Flow-Passagen. Oder mal Rap, dann melodisch, dann wieder ein bisschen schneller. Dadurch lebt ein Song viel mehr, als wenn du es so ganz normal aufstrukturierst, so mit Part, Hook, Part. Weißt du. Und ich finde, so ein Hasuna könnte sowas wahrscheinlich mit der Zeit auch nochmal richtig geil umsetzen. Weil er hat, glaube ich, auch den Skill und auch so die Kreativität. Ja, ja, 100%. Die Kreativität dafür. Weißt du, was ich meine? Und das wird dann, glaube ich, sehr, sehr spannend bei seinen Songs. 100%. Weißt du, wenn er die Songs wirklich so aufbaut, dass du das Gefühl hast, ey, der Song lebt richtig und da ist halt so keine Stelle, die monoton wird. Weißt du, was ich meine? Was ich jetzt nicht auf diesen Song beziehe. Ja, ja, allgemein. Weißt du, aber das könnte bei Hasuna nochmal voll interessant werden, wenn er seine Songs so strukturiert, weißt du? Ja, ja, safe. Das könnten dann richtige Hits werden, Alter. Von NRB bis nach Sonnallee Hörst du Schüsse fallen in mein Ghetto? Wir leben Cinema im Ghetto. Ghetto, wir geb nix, keine Grund, aber alles im Betto. Von NRB bis nach Sonnallee Hörst du Schüsse fallen in mein Ghetto? Ghetto, 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 Ghetto. Ja, cooler Release auf jeden Fall. Ja, stark. Kann man nicht klatschen? Stark, stark, stark. Gut, gut, gut. Gut Boy, Gut Boy. Nein, ich küsse doch sein Herz, Alter. Natürlich klatschen, Alter. Gut Boy. Ja, klatsch doch, Alter. Gut Boy, ja. Gut Boy. Nein, geiler Song, weil er hat mir sehr gut gefallen. Ja, safe. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Hasuna und ich glaube, dieses Jahr wird es richtig wilde Kombinationen geben. Ja, ja, 100 Prozent. Allein wenn wir, wir wissen ja, das ist ja immer wieder das Ding. Ich sage es immer wieder, wir wissen, was so hinter den Kulissen abgeht, was uns erwartet, was die Künstler erwartet. Und da sage ich so, das kann schon geil werden. So voll im Shebep gehst, Hasuna und wir wissen ja, wen wir noch alles so abchecken werden. Das wird, boah. Ich glaube, Icon 5 wird sehr viele Zuschauerherzen brechen. So, weil da einfach von der Dramat, Dramatik, Dramatologie, ich wusste, dass du so sagen wirst. So, weißt du, das Wort, nein, nicht deswegen. Dramatologie. Gibt's das nicht? Keine Ahnung. Das hört schon falsch an. Das ist ein Baba-Wort, Dramatologie. Das gibt's bestimmt, warte, ich google jetzt. Alexa, was heißt Dramatologie? Laut einem Alexa Ansatz Nutzer, Drama, Altgriechisch Drama, Handlung, ist ein Oberbegriff für Texte mit verteilten Rollen. Altgriechisch? Was heißt? Dramatik ist neben der Epic und der Lyrik eine der drei grundlegenden literarischen Gattungen. Lyrik, Gattung. Verstehst du? Altgriechisch Cousin. Weißt du, was ich meine? Dramatologie. Ja, ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte, aber das ist das Schlusswort. Wenn's euch hier gefallen hat, lass dein Like da, lass dein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.